so freunde und damit hallo und herzlich willkommen wir sind jetzt wieder bei parkurse no dawn und zwar müssen wir jetzt mit irwin sprechen sprechen und geht ja jetzt um derby glaube ich was wir machen müssen wir müssen kein auto ich hab uns letztens sicher dahin gebracht bei dir sterben war schon in diesem blöden derby dir und du hast glück denn ich hab dir nicht nur den startplatz besorgt sondern auch noch ein fahrer outfit du glücksschweinchen du jetzt musst du dieses verfluchte ding nur noch gewinnen denn mickey und luke kommen auch zu der dinner party und dann sind sie fällig ich besorgte eine karre und treffe dich heute abend hier slick oder ist da unser zeug drücken so wo treffen wir uns denn jetzt hier doch muss doch nicht doch so kriegst doch wohl keine rollen fieber die olle tasche blieb schon wieder es ist schwarz muss dazu ich höre wie wir weit in der tasche packen oder jetzt aus der dinge die tasche die ist ein paar werden er ist bis oben hin voll mit feinstem etanol und hat luft in den rein das volle programm man kennt ein gesicht hier also versteck es lieber das rennen beginnt um mitternacht hol sie dir slick ich weiß nicht ob du fahren soll das und wegen vollgetankt links unten da steht das leer ist gibt dich zur startlinie die haben alle im quad das ist ja viel besser ich habe über die kisten mit ping fangen um munition zu halten ich sehe ja nur welche die jetzt links von mir wären zurück ich片iere oh Der hat was größeres wie wir. Was ist denn der Typ? Wo? Bist du ja? Ja. Genau da unten. Elimieren deine Gegner. Wo ist denn noch einer? Ich will innen aufflitzen, aber... Ich will innen aufflitzen. Komm ich denn da hoch? Der brennt da nicht. Ich will ein Heli? Ja klar, da oben ist ein Heli. Der hat mich überfahren. Sehr gut. Kannst du mir hier fliegen? Ich finde, es wird so und läuft. Du bist auch fast down, oder? Ja. Aber kannst du mich wiederbeleben? Ach so. Ich bin downer hier. Wo liegst denn du? Oder hier auf dem Weg. Ach ja, da. Links, rechts neben der Felge. Oh 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 oh. Die überfahren uns über... Super. Was? Ja. Dass du aber sterben musst. Sehr witzig. Es ist jetzt wieder wohl ich. Du bist aufgestanden. Ich muss jetzt wo du niedergewählt. Wenn wir drüber erfahren. Oh die fahren schon wieder und nicht mehr. Wie soll es doch anders sein, also so ne Folge ohne sterben ist ja ja nicht möglich. Das ist eine Echtzeit-Servitikart. Was wir hier durchspielen. Was sind die für ein Scheiß, ey? Wie lange soll eine Gegend, wie viel Gegner sind denn das da, ey? Komm, der war ja neuer. Drei... gleich, ich freue mich, kein Beteilziger. W feetige. War ne... Was? War阿 heritage... War dochうわ... ...ine soll hier... ...schieß Alte... Ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme, ich bin Feuer und Flamme. 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 Da wurde entdeckt. Ich bin nicht zu dir gekommen. Ich hab eine. Oder ist noch einer? Ich bin down. Hast du unsere Waffe? Ja. Oh oh. Geh renn weg. Ich würde gerne. Die hängt fest. Schön. Jetzt kannst du mich wieder überlegen. Ja. Die Karte. Was ist denn die Fängeswaffe? Die ganzen jüten Leute hier. Die Stellvertreter. Wie oft ich hier schon neue Waffen mir holen müsste. Ohne deine Ausrüstung zurück. Ohne die Waffe wieder. So. Nun ist noch lange hier raus. Wahrscheinlich ja. Äh. Entkommen. Oh. Hohle. Warte mal. Moment. Da steht ja Hohle. Ach. Ohne deine Ausrüstung zurück. Keine Fähigkeit. Aja. Ehhhh. Oh, Schlossknopper schnell. Tja. Schnell die Schlossknopper. Okay, Armbling. Oh, hier ist er gar nicht. Moment, hier liegt der noch auf dem Zeug. Oh. Ich kenne da irgendwie eine andere Waffe. Oh, oh. Oh, steck, ey. Können wir hier nicht rausfahren? Ne, wir müssen nicht Anseite rauskommen. Oder? Ich denke, das war anders. Ne, ich hab jetzt probiert, da mit rauszufahren. Dann bist du ja wieder im Derby-Dienst drin, oder? Hier, hier, müssen wir raus. Ich bin draußen. So, draußen. Na gut. Ich hab dir gerne das Auto mitgenommen. Das sieht aus der Arena aus. Oh. Man kriegt ein bisschen Falschhaden. Geht's mal raus, und? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da steht immer noch ein Komm aus der Arena. Aber sind wir doch nicht. Vielleicht müssen wir doch das Fahrzeug gut nehmen? Ne. Vielleicht sind wir falsche Seite raus, Herr. Ne. Ja. Ich bin dort noch mal rein, oder was? Ich bin da noch mal rein, oder was? Ja. Ich bin da noch mal rein, oder was? Ich komm jetzt wieder mit dem Quart, aber ich find's eigentlich ist es ja dämlich. Junge, ne, jeder Schuss ist ein Treffer, mein ich. Ich komm mal auf die Arena. Wow, ich muss Heilung nehmen. Ich versteh nicht ganz, wie sind denn kommen? Nein, scheiße. Die Waffe läuft mir einfach zu langsam nach hier. Das ist doch Ewigkeiten. Guck mal auf die Karte. Guck mal auf die Karte. Guck mal auf die Karte. Nee, hab ja nicht gepackt. Kumpa. Das ist einfach zu langsam mit dem Abladen. Guck mal auf die Karte. Aber es sind ja auch nicht mehr Filter am Leben. Und an der 3 kommen wir jetzt. Oder? Verdringe ja, ne. Nervoll. Ja. Ja, jetzt geht es mal. Oh. Anno, lad da ein Plane nach! Ach die Scheiße! Ich kann nicht überrollen. Wann lad da noch? Ja, die lädt ewig nach, ne? Ja, die Waffe, die ist. Also die Waffe, die machst du auch schade. Aber die braucht viel zu lange zum Nahladen. Vor allen Dingen schnell liegt's nicht, wir waren ja schon draußen. Ja, wir waren draußen. Na gut, auf ein neues. Wir haben einen verdammten Problemmacher in der Arena. Sommelt euch beim Eingang, wir spießen ihn auf! Äh, was ist das? Ne, wo die war nicht hin? Knack mal ins Schloss, dann machst du schon. Okay. Mach schon den Panzerknacker. Vielleicht müssen wir wirklich mit dem Fahrzeug rausfahren. Kommst du rein? Setz dich rein? So, hinten drauf, kommst du hin. Oh, hinten drauf, kommst du hin. Ja. Hm, jetzt hilft's erst, wahren wir. Wahrscheinlich waren wir nicht weit noch weg. Kann sein. So. Verdammte Scheiße, die Zwillinge sind mit diesem Freak abgehauen. Die wollen zu New Eden, jede Wette. Du musst sie erledigen, bevor sie rausfinden, dass ich dir geholfen hab. Ich muss mir ein Versteck suchen. Tschüssi, Kowski ist weg. Tschüssi, Kowski. Also, okay. Ja, manchmal ist es ein bisschen durch zu erklärt, was du machen musst. Ja. So, okay. Outfit haben wir neu jetzt, schön. Ähm. Weil ich mich hier am umziehen bin. Wo müssen wir jetzt hin? New Eden war ja ganz oben links. Oh, wo hier? Äh. Hier, warte, glaube ich, ne? Da. Ne. Wo waren doch hier irgendwo? Wo waren doch New Eden? Wollen wir jetzt eine neue Aufgabe schon bekommen? Ja, keine Missionen. Warte, mal gucken hier. Auf der Karte mal schauen. Da müssen wir ja... Äh. Äh. Ich sehe jetzt erstmal... Keine Aufgabe. Aber New Eden? Wo waren denn New Eden? Hier, hier, ne? Hier. Wir brauchen auch schnell eine Schnellreise dahin. Geht's neu, ich schaffe es mir wieder umzuziehen? Auch lustig, bei dem Outfit habe ich, äh, als wenn mir ein Arm fehlt, aber die Hand, die Gerichte ist da. Pass auf! Es gibt Berichte über einen Angriff der Zwillinge auf New Eden. Irgendein Verräter hat sie reingelassen. Es ist soweit Cap. Zeit, die Zwillinge ein für alle Mal zu erledigen. Okay. Okay. Okay, dann machen wir hier erstmal einen Cut, kurz. Und dann machen wir die Zwillingeplatte in der nächsten Folge. Ja. Hoff ich. Ja, ziemlich. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.